Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute Anzeige an Mert, die Schwuchtel, AMK. Nein, ich hab natürlich nichts gegen homosexuell. Ich mein, ich spiel grad mit einem. Hier, Minecraft Bedrohls. Mini, du bist betroffen. Was willst du zu der ganzen Thematik sagen? So, bitte betroffen. Okay. Gist du denn wohl noch ein Lesbisch, oder? Ja, da warst du noch eine Frau. Jetzt nach der OP bist du aber schwul, Mini. Oh, ja. Ja. Aua, ich hab Falschermütig. Scheiße, ja. Was wirst du dagegen unternehmen? So als Privatperson? Ja. Momentan nicht viel. Fehlst du die Aussage von Mert? Okay. Ja, das schon. Das ist ja ganz klar. Das ist ja eigentlich ganz klar. Okay, ist das schon. Der Typ einfach 100.000. Mich schockiert die Aussage. Gut, ja. Schockiert mich, aber bei Asi-Youtubern kann es schon mal vorkommen. Gibt es zu Spaß, wenn du das noch. Was mich aber schockiert, sind 100.000 Lacks. Das ist schockierend. Klar sind sicher einige davon beeinflusst von ihm und so und liken sowieso alles von ihm, aber doch nicht so viele. Das ist echt krass. Und schockierend, finde ich auch bis hier. Oh, fuck. Entweder die sind einfach sehr leicht beeinflusst bei seiner Community, oder aber die Asi-Youtuber sind gefährlicher als wir dachten. Der war ein Kommentar, ja, dass sie alle verbrennen und mit tausenden Likes, oder so. Ich hab's auch gelegt. Ja, wenn nicht. Du, wir sind ja auf YouTube, du musst sagen, nein, doch nicht. Übrigens ist Lila in unserer Base. Und unser Bett ist weg. Oh, super. Was? Werdes weg. Warte, müssen wir es jetzt. Das ist weltlos. Ja, 319 ist wieder schlechter geworden, bisschen. Ich kämpfe jetzt euch doch, okay. Wo soll ich campen? In der Basse. In der Basse? Ja. Okay. Dann haben wir weg in die Basse. Und dann kaufen wir uns Haltesplatz von mir. Wir sind gelbe, oder? Wir sind gut, die da kommen, glaube ich. Aha. Jetzt ist richtig nebenbei. Ja, Mini, der kann sich auf Hassbetschen, glaube ich. Wir haben echt ein Lidl-Problem. Ein Lidl-Problem. Ne, ich seh' dich hüpfen. Geh' man braucht ja. Nice, du bist so gut mit dir, Alter. Der starke Mann an meiner Seite. Ne, Mert. Was sagst du dazu? Green is in the base. Und Green will unser Bett abbauen, glaube ich. Was sagt ihr zu Mert? Hallo, der schreibt es in die Kommentare. Ich bin schockiert. Der hat einfach richtig viele Abonnenten. Ich plane euch jetzt mal einen Screenshot hier ein. Wie viele Abonnenten und Fuse der dazu bekommen hat. Das ist krass. Der einfach richtig viel durch das Video dazu bekommt. Beide rennen immer so kurz vor und dann wieder zurück. Spaß. Fuck. Einer von uns dabei ist es tot. Nein, I'm on the way to our base. Nice. Mach mal so ein T-Shirt, wo das oben steht. I want the way to the base of your mom, Alter. Das ist so sturmvoll, scheiße, dass es schon wieder gut ist. Falsche Mert, nice. Hab's auch falsche Mert, an Anfiti? Oh, das ist romantisch, Mert. Ne, Mert. Bist. 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 Oh, bei mir hat er kurz gebackt, aber jetzt geht er zum Glück wieder. Gut, dass du sagst, dass du euch im Teendift bist. Dealer. Okay. Und Teleporter hätten wo. Stimmt. Bett ab, Teleporter und dann Gold saven, das wäre es gewesen. Na, dann Teleporter, mit den Flammen und dann noch mit Teleporter. In ihrer Base ist glaube ich niemand. Ich fliege direkt zum Bett. Okay. Ja, aber wir passen ab, weil ihr über Gold spielt. Nein, ich pass ab, ich habe auch eine recht gute. Schau, dass du sie dabei aufhältst. Schau, dass du sie aufhältst. Jetzt geh da weg! Geh weg! Geh weg! Ja, pass ab! Ja, tu ich. Lass mir Zeit, ich habe mich eingebaut. Ich baue es einfach ab! Ich baue es einfach ab! Nein, keiner hat mehr eins. Schau, wie ich dir die Kills gönne, Manny. Wie ich dir gönne, von ganzem Herzen. Ja, komm, wie du dir jetzt mit dem Bogen abschnext. Nee, komm, low, einfach nur low. Gib mir mal einen Bogen. Ich würde es nie tun, das zeige ich dir damit. Ne, bitte. Okay. Alter Schwier. Oh, fuck! Jetzt brauche ich Glück. Fuck! Ich bin der Grün-Bassman, ich brauche Hilfe. Nein! Nein, der Weg! Hu, ich bin so gut, Alter. 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 Und weiter geht's. Es sind noch zwei in der Base, Alter. Oh, oh. Fuck, jetzt wird es knapp. Ein Lila ist noch da, aber ich regeneriere mich auf drei Herzen. Es war schon knapp. Kurz spannend war es. Das war der Lila. Das ist eine gute Runde noch geworden. Da hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, weil ich es geht habe. Stimmt mit mir. Ich hoffe. die Runde durchgeführt. Na ja, fünf Kills am Bett geht. Ja, ganz gut. Die drei. Die drei Kills. Und drei Kills. Ja, ja, ich hoffe, die Runde hat gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und viel Spaß auf YouTube. Ciao.